Hallo, hier sind Lisa und Eva und wir zeigen euch jetzt, wie ihr bitte die Masken, die ihr bekommt, wenn ihr in die Schule zurückkommt, am besten anlegt. Als erstes sucht ihr diesen Punkt, den hier, der bedeutet, dass das oben ist und dass dieser Punkt auf die Nase gehört. An die Nase drücken, zusammenbinden, wir haben extra die Eva ausgesucht, weil sie lange Haare hat und viele Kinder haben auch lange Haare, da können wir das am besten zeigen. Maske hinunter, Haare heraus, alles klar, Maske wieder nach. Super, super. Und im Klassenzimmer kann man dann was machen, wenn man an seinem Platz sitzt? Da könnte man die Maske wieder hinunternehmen, wenn es dem Lehrer recht ist und die Maske hängt dann da gemütlich am Hals. Genau, sie liegt nirgendwo rum, sie kommt mit keinen anderen Gegenständen in Berührung und wenn man schnell aufs Klo muss, Eingriff. Immer da, hier schön an der Seite. Maske wieder oben und aufs Klo. Das heißt, wir fassen zusammen. Maske hat einen Punkt auf die Nase, oben ist so ein kleiner Draht, den kann man dann schön über die Nase formen. Die Falte soll nach unten schauen, die oberste. Genau. Dann oben zu machen, so dass es angenehm hält, unten zu machen, Haare raus und dann hat man sie für den ganzen Schultag eigentlich optimal gebunden. Super, was können wir noch sagen, nicht zu viel das Gesicht anfassen, immer schön seitlich anfassen, hier, so, sehr cool, dann geht er über die Ohren und vielleicht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch hundertmal am Tag die Haare aus dem Gesicht streichen, dann nehmt vielleicht ein Spangerl oder ein Gummiringerl, weil man soll sich ja möglichst wenig im Gesicht einfassen mit den Händen, gell? Dann natürlich Hände waschen, desinfizieren, ja, was können wir noch sagen, Verhaltensregeln für die nächste, erste Zeit? Abstand halten, nicht zu viel schreien und herumlaufen sowieso nicht, herumtollen, kein Körperkontakt, kein Aufeln, kein Umarmen, leider auch kein Kuscheln, aber wir schaffen das, stimmt? Natürlich schaffen wir das. Außerdem haben wir die besten Masken der Welt, wisst ihr, die Katzenmaske ausgesucht. So cool, so cool. Genau, und jedes Kind bekommt einen eigenen Sitzplatz, genau. Das heißt, wir haben alles optimal vorbereitet und wir freuen uns total auf euch. Yeah! Yeah! Da geht's! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.